herzlich willkommen zum heutigen live stream ich fange jetzt erstmal kurz mit einer runde star citizen an allerdings hat das erste release was jetzt kommen sollte der arena kommande hat sich ja verschoben nicht desto trotz ist es für mich gerade aktuell die beste gelegenheit mal in meinem hangar vorbeizuschauen und einfach mal zu gucken was da so los ist und was da bisher steht ja ich nehme euch dann jetzt einfach mal kurz mit und auf geht's so ich bin sozusagen hier gerade frisch in meinem hangar angekommen hier ist mein einziges schiff ich habe nur eine kleine rsi ja wie heißt das schiff gleich noch mal erst ein euro war glaube ich mk ich glaube von masonry irgendwas so aber als erstes gucke ich mir mal noch die paar items an die so als bonus bisher aufgetaucht sind das eine ist natürlich hier dieses aquarium wovon glaube ich auch ein live streamer komplett nur dieses aquarium überträgt und mit einem speziellen zusatzfisch der da so rum schwirrt dann gab es noch ein spezielles handtuch oder einen handhalter mit handtuch und von dem weiß ich nicht genau das ist auf jeden fall eine der ausrüstung und halt eine der kleidungsstücke die möglich sind welche ich ja gleich mal an probiere und hier sieht geht ja auch gleich dass sozusagen die kleidung die ich normalerweise trage während die andere kleidung die ich jetzt anhabe ich glaube mal ein bisschen mehr ins licht sieht man auch ein bisschen mehr ok schauen wir unten an interessanterweise wechselt sich sogar die haarpacht mit dem kostüm also ich bringe das kostüm jetzt noch mal zurück und ziehe wieder das astronauten oder halt wahrscheinlich standard kostüm an und wie man sieht sind die haare wieder weg das heißt so schnell ist der friseur besuch bei komm schau wieder nach oben noch ein bisschen ins licht drehen ja mir gefällt dass der leuchtende anzug besser das einzige was mir noch fehlt ist das customizing dass ich das alles statt in rot in blau machen kann genauso wie meine rsi mit der rsi ist das robot space institute also meine mercenary das kann ich klettern wir mal kurz nach oben und schaue ich mir mal das schiff von oben an επusta der an zug passt also sowieso viel besser zu mir nachdem ich selbst ja auch nicht mehr so viele Haare im Moment auf dem Kopf trage. So, das sind so die anderen Ansichten, Ich-Perspektive oder eben von außen. Genau, das Einzige, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, dass ich statt Rot einfach Blau auf das ganze Ding auftragen kann. Aber lang genug, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Es soll ja eh bloß ein kurzer Ausflug sein und ich bin sehr gespannt, wenn sich die ersten spielbaren Elemente dann für die Arena ermöglichen. Nein, da ist gar keine Leiter, komm, wieder runter. Hanger Schiff auf. Was ihr im Hintergrund rauchen hört, ist meine Grafikkarte. Entweder liegt es daran, dass das Bild einfach jetzt mit maximalen Möglichkeiten gerendert wird, also mit maximalen Frame-Zahlen, statt es mit dem Monitor abzugleichen. Oder das Spiel braucht tatsächlich so viel Brechen-Power, was ich jetzt eigentlich an der Form noch gar nicht so sehr annehme, weil es ist ja jetzt noch gar nichts los. So, erster Blick ins Cockpit. Was hier auffällt, ist, es liegen zwar Gurte auf dem Sitz, aber ein Schneid tut er sich nicht. Aber vielleicht weiß er auch, dass es noch nicht rausgeht. So. Das sind jetzt die verschiedenen Perspektiven, die sozusagen im Schiff möglich sind. Einmal die Außenansicht, die nicht bewegt werden kann. Dann, das dürfte wohl die Rückansicht sein. Und dann die frei bewegliche Ansicht, wo ich mich zumindest dann umdrehen kann. Aber sonst ist halt noch nicht viele Aktionen möglich. Also die Bewegungen, die ich jetzt mache, sind mit der Maus, die sozusagen den Kopf simuliert. Wobei sie aktuell der invertierten Bewegung anspricht. Das heißt, wenn ich die Maus nach unten bewege, schaut er nach unten. Und mein Blick geht allerdings nach oben. Die Bewegungen, die ich jetzt mache, sind wiederum mit der Maus. Aber dadurch, dass ich jetzt die G-Taste gedrückt halte, reagiert der Charakter nicht, sondern ich bewege eigentlich nur die Kamera. Und jetzt wieder im Cockpit aus der Ich-Perspektive. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze auch mit den Kosten und dem Spiel sein wird. Weil es ja anscheinend tatsächlich Treibstoffverbrauch und Landekosten und alles eigene Gebühren erfordert. Und wie lukrativ tatsächlich das Handeln ist oder das Erkunden, was man dabei mitnehmen kann oder Ressourcenabbau. Sehr, sehr neugierig bin ich auf diese ganzen Möglichkeiten. Nachdem ich lange Zeit EVE Online gespielt habe, allerdings auch schon wieder Jahre her ist, bin ich auf jeden Fall... Ja, da lasse ich mich mal überraschen, was so nachher die Möglichkeiten sind, die hier in Interaktion möglich sind. Wie groß das Handelsvolumen ist. Genau, jetzt stehe ich gerade auf. In der Ich-Perspektive finde ich es ein bisschen komisch, weil sozusagen der Kopf im Kragen nicht zu sehen ist, während ich mir aber auf den Bauch schaue oder auf die Füße. Okay, raus geht es noch nicht. Ich zeige euch noch die kleine Kabine, weil das ist ja ein Mini-Schiff, was ich hier habe. Ein Ein-Personen-Flieger. Wobei ich hoffe, dass ich damit tatsächlich irgendetwas in Form von Handel machen kann. Weil viel Platz ist hier definitiv nicht. Auf jeden Fall... Es ist auch immer etwas springend, wenn die Kamera umschaltet, während ich zuerst... Okay, hier kann ich nur zwischen den beiden Modi umschalten. Aber ich kann hier sozusagen die Kamera selber nicht bewegen. Ich bin hier ziemlich eingefroren. Man kann sonst nur die Außenperspektive machen. Aber gut, es ist halt alles auch noch in einem sehr frühen Zustand, auch wenn das Hangermodul schon länger verfügbar ist. Wenn ich jetzt wieder aufstehe, dann sehe ich wieder sozusagen hier meine Körperbewegung, wie er sich das Kinn reibt und wie ich mir hier den Kopf stoße. Das ist... ja. So, jetzt gehe ich zur anderen Seite raus. Ein paar kurze Sound-Animationen und dann geht es... So, das eine, was ich hier noch aktivieren kann, sind... ...Protoelemente, die ich aber, soweit ich das bisher mitbekommen habe, die ich zumindest noch nicht rausbekommen habe, wie ich die steuern soll, weil... die Tab-Taste, die dafür kommuniziert ist, oder zumindest angegeben ist, macht kein... Ah, okay. Gut. Ah, okay, die Tab-Taste aktiviert sozusagen den Maus-Cursor. Das heißt, das sind die beiden Elemente, die jetzt aktuell in meinem Hangar stehen. Eben mein Schiff. Ja, jetzt müsste ich noch ein bisschen raus-scrollen, raus-zoomen können. Mal gucken, ob das geht. Aber da sehe ich jetzt natürlich nicht so viel. Und in der anderen Perspektive... Na, komm. Okay. Perspektive lässt sich erst ändern, wenn ich wieder in der Ich-Perspektive bin. Ja, okay, jetzt ist sie wieder aus. Stellen wir uns ein bisschen anders hin, ein bisschen weiter weg. So, dann... Dann sollte das funktionieren. Ja, genau, jetzt lässt sich... Ah, jetzt lässt sich also nur in einer bestimmten Entfernung auch aktivieren. Also, die RSI Aurora MR ist sozusagen mein Schiff, mit dem ich hoffentlich die nächsten Tage dann irgendwann loslegen kann und mal ausprobieren kann, wie sich das ganze Ding fliegt. Oder wie sich überhaupt Schiffe in den Fliegen. Und das ist der Weapon-Maus-Class-2... Weapon-Mount-Class-2. Okay. Gut. Den Weapon-Mount, da er ja auch schon da ist... Das ist das kleine Ding, was hier drüben steht. Hier drüben hat es ein Display. Was auch immer die Aufhängen bedeuten. Und... Ich kann mich hier schon draufsetzen. Kommt der Stuhl erstmal nach unten gefahren. Und dann geht es da drauf. Da hinten bewegen sich dann auch ein paar Zielscheiben, aber mehr kann ich anscheinend jetzt auch noch nicht machen. Das heißt, Zielübungen hier zu absolvieren, ist aktuell noch nicht möglich. Augenblick, ich muss jetzt... Ich will bloß mal kurz schauen, weil ich jetzt ganz vergessen habe, mir den Chat rauszuholen. Okay. Es sind jetzt keine weiteren Fragen erstmal gestellt worden. Ich hole mal gerade den Chat zur Seite. Okay. So. Ja, das ist sozusagen aktuell der Hangar. Mein kleines Schiff. Was aktuell zur Führung steht. Jetzt kann ich hier nochmal durchlaufen, wo sich zumindest wahrscheinlich die beiden Zielscheiben hier gerade bewegt haben. Eine Stelle weiß ich noch, da gab es noch eine Interaktion, wo meine Stiefel stehen. Weil, obwohl ich ja im Moment Stiefel anhabe, gibt es wohl noch Reservestiefel. So für alle Fälle. Man weiß ja nie, ob man noch ein neues Paar Schuhe braucht. Und zwar hier. Allerdings... Ich würde viel lieber mal meine Waffe anlegen, aber irgendwie... Ja. Geht das noch nicht. Und... Ich weiß gar nicht, sind das Schulterpolster. Wahrscheinlich sowas wie Waffengurte. Die aber alle eher zu der Ausrüstung zu passen scheinen. Außer natürlich die weißen Stiefel. Oder sind es Stiefel in Stiefeln? Schwer zu sagen. Jetzt werfe ich nochmal einen kleinen Blick. Komm, schau nach oben. Sieht viel schöner aus. Genau. Ja, also es wird spannend, bald den ersten spielbaren Content dann von Star Citizens sehen zu können. Ich beende erstmal wieder diese Live-Übertragung und werde in Kürze wieder Banished spielen und versuchen dort den ersten Erfolg zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.